Kurz vor Start der EU-Klimakonferenz in Paris diskutierten Politiker, Unternehmer und Wissenschaftler auf einer Zeitkonferenz in Berlin über den globalen Klimaschutz. Kann es ab 2050 wirklich einen Energiemix ohne fossile Energieträger geben? Welche konkreten Ergebnisse sind von Paris zu erwarten? Und was passiert, wenn Paris scheitert? Das ist eine ganz schwierige Frage, ob wir den Ausstieg aus allen fossilen Trägern bis 2050 schaffen. Es ist sicherlich ein politisches Ziel, auch so formuliert, für Kohle jetzt auf dem G7-Gipfel sogar bis 2030 oder 35 bestätigt worden. Das sind aber alles Zukunftsaussagen, die sehr gefährlich sind, weil man kann es als politisches Ziel fordern. Und wenn man eine dekarbonisierte Wirtschaft will, und das wollen wir, dann muss man es wohl auch fordern. Aber ob es dann tatsächlich in diesem Zeitraum eintritt, ist noch sehr die Frage. Ja, im Moment sind die Angebote, die auf dem Tisch liegen, noch ziemlich mager. Wenn man dabei bleiben würde, dann hätten wir eine Erderwärmung von über 3 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Und das ist natürlich völlig unakzeptabel. Wir aus der Wissenschaft denken, 2 Grad sollte man nicht überschreiten. Wir werden unsere Ziele, die Erwärmung der Erde auf 2 Grad zu begrenzen, nicht erreichen. Wir werden auch weiterhin unsere Umwelt stärker belasten als sonst. Also ich glaube schon, dass es keine Alternative zu dieser Entwicklung gibt. Und deswegen sage ich auch, wir müssen stärker von den Fossilen weg. Oder wenn wir sie fossilen benutzen, müssen wir sie carbonarm machen, wofür es ja auch Technologien geben mag. Das muss geschehen. Nur ich lasse mich auf keine Zeitschiene festlegen. Ja, die Warnindikatoren sind zunächst einmal, dass die sogenannten Treibhausgase in der Luft ansteigen. Neben allem voran Kohlendioxid. Wir haben heute schon einen Wert, den es noch nie gegeben hat, während der letzten 800.000 Jahre. So weit können wir zurückgehen. Wir sehen, dass die Temperatur der Erde sich erhöht hat. Ungefähr ein knappes Grad seit 1900. Wir sehen, dass das Eis der Erde schmilzt. Und wir sehen, dass der Meeresspiegel steigt. Das muss man ernst nehmen. Und das sind wirklich Warnsignale, die für sich sprechen. Paris muss auf jeden Fall klare Rahmenbedingungen setzen, die für alle verbindlich sind. Denn daran hat es an der Verbindlichkeit bisher gemangelt. Ich sehe sehr positive Voraussetzungen für Paris, weil wir eine komplette Umkehrung der Bedingungen in den USA haben durch den Shellgas-Boom. Die USA können dadurch viel offensiver mit der Frage umgehen und auch die Umkehr oder jedenfalls teilweise Umkehr Chinas. Das große Problem, das wir zu lösen haben, das sind die Entwicklungsländer, denen wir helfen müssen, die übergroßen Belastungen, wenn sie auf unserem Weg mitgehen, tragen zu helfen. Das ist gar keine Frage. Also ich erwarte von Paris, dass es ein Abkommen geben wird. Aber das Abkommen wird nicht geeignet sein, unterhalb dieser berühmten 2-Grad-Marke zu bleiben. Aber ich hoffe dann, dass in den Jahren danach es schrittweise immer weiter verschärft wird. Es gibt ja ein gutes Beispiel, das sogenannte Montrealer Protokoll zum Schutze der Ozonschicht. Auch das war löchrig wie ein Schweizer Käse zu Beginn. Man hat es dann weiter verschärft und heute können wir einigermaßen positiv in die Zukunft blicken und hoffen, dass das Ozon noch 2050 wieder verschwunden ist.